Während meiner Frühlingstour in Deutschland waren wir natürlich auch in Botmann. Und wer nicht weiß, wo Botmann ist, der wird es spätestens jetzt sehen, wenn er über meine Schulter hinter mich schaut. Botmann liegt am Bodensee. Hier in Botmann habe ich mal 13 Jahre gewohnt. Nicht direkt in Botmann, aber in Ludwigshafen-Botmann. Ein Teilort. Eduard ist auch schon hier. Bei Hochwasser kann er hier sehr gut über den Steak gucken. Und wir haben gestaunt, wie viel Wasser der Bodensee zur Zeit hat. Die alten Wellenwirtschaften wie die Linde werden heute verdrängt von neuen, imposanten, neuen Hotelborten, die hier in Botmann entstehen. Sicher gibt es auch noch die alten Lokale, wie das von Peter, das Seehaus, nach wie vor beliebt zum Fischessen. Auch Künstler Peter Lenk hat es in Botmann immer noch ausgehalten und verbringt auch hier wahrscheinlich seinen Lebensabend. Seinen Skulpturgarten sollte man unbedingt mal besuchen. Es macht einfach Spaß, Peterlings Figuren anzugucken. Das war Botmann ganz kurz auf die Schnelle. Und ich komme sehr gern wieder zurück. Falls ihr in Botmann seid, schreibt mir doch einfach in die USA, wie es euch in Botmann gefallen hat. Dann Lyft. Willen locked einfacher in Botmann sind ja dois. Jan. Wie cath Gurt.